hallo freunde der glänbo steine willkommen auf meinem kleinen kanälchen ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich habe ein paar infos für euch jawohl ich plane eine bärchen woche und zwar vom monag den 23 10 bis sonntag den 29 10 und da gibt es jede menge teddybärchen zu sehen jawohl von der firma inbricks schräg schräg pannlos ich habe die beim johnny gesehen in seinem promotion video ich fand die cool ich fand die echt cool und ich wollte sie euch zeigen und ich zeige sie euch alle es gibt acht kleine sets in kate server in snowboard fahrer in skateboard fahrer musikstar eine mondlandung winterset ist glaube ich der snowboard fahrer ich zeige sie euch einfach alle und dann gibt es noch zwei größere setz mit über 1000 teilen und zwar das teddies kaffee und der teddies job auch die zeige ich euch und zwar im folgenden system diese acht kleinen sets zeige ich euch in vier videos montag dienstag mittwoch und freitag ganz kurze videos versprochen die sind aufgebaut die zeige ich euch bubble bis sie drüber ihr wisst bescheid und die zwei großen sets die baue ich ganz normal auf so wie ich wie ihr das von mir kennt mit einem kurzen überblick bauschritte teile anleitung und so weiter ist doch ein plan kann man so machen jetzt gibt es noch ein highlight und zwar mache ich mein erstes gewinnspiel auf dem kanal und zu gewinnen gibt es das da da ich nicht so bin wie alle anderen bei mir alles bisschen komisch ist wird auch dieses gewinnspiel etwas komisch sein in anführungsstrichen ich möchte nämlich dass ihr meine videos guckt ja ich weiß das finde ich relativ unverschämt aber so bin ich nun mal ich werde in diesen vier kleinen videos montag dienstag mittwoch freitag jeweils irgendwo eine zahl einblenden und diese zahl schreibt ihr mir am freitag komplett unter das video und jeder der das macht nimmt automatisch am gewinnspiel teil wie ich das dann nachher auslose mache und tue ich habe sowas noch nie gemacht werde mich dabei ein zwei leuten noch beraten lassen und dann kommen die alle in den topf und einer gewinnt dann dieses set und dem schicke ich das dann zu ist doch ein plan oder gewinnspiel bei nobi fantastisch bärchen themen woche montag 23 10 bis sonntag 29 10 ich freue mich auf euch habt noch einen schönen tag und denkt immer dran glimbo steine verbinden hin